Recht herzlich willkommen zur 261. Folge von Avorion. Ja, wir sind auf dem Weg in diesem Sektor, haben aber vergessen, das andere Schiff ja mitzunehmen. Aber hier gibt es gerade irgendwo was. Da ist ein Asteroid wahrscheinlich, der da vorne ist, den wir claimen können. Also das ist das Spezielle hier im Sektor. Muss mal gerade mal gucken. Was wir da hinkommen, ohne da ran zu knallen. Wo ist er? Gute Frage, ne? Also der da ist es, ne? Schon ein Brocken, ne? So, wir sind noch ein bisschen näher ran. Um zu claimen. Jetzt muss es gehen. Und dann nehmen wir ihn ein. Und dann können wir den verkaufen. Die Ursof Planeten. Ja, das müssen wir jetzt mal gerade gucken, ob das Sinn macht. Ne, das war falsch. I müssen wir haben für die Beziehung. Wo sind diese Planeten. Ne, sind es nicht. Die auch nicht. Ach, da unten sind noch mehr. Super. Da gibt es noch Piraten. Die sitzen hier aus. Neutral. Oder wie. Die U. Ja, da ist jetzt die Frage. Ach, da oben sind sie ja. Ganz oben. Okay, das könnte es vielleicht bringen, ne? Könnte was werden. Das sind auch nur noch 2000 Punkte, die es dafür gibt, ne? Asteroid verkaufen. Verkaufen. 2300. Naja, das ist jetzt schon noch neutral, aber das ist schon ziemlich knapp daneben. Also das könnte schon beim nächsten sein, dass das passt. Aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt hier raus. Da müssen wir ja gucken, dass wir jetzt den anderen abholen. Da müssen wir dann, ach so, wir waren gesprungen zu so einem Blib da. Okay, das heißt, nächste Koordinaten auswählen und dann sprengen wir da hin, ne? Dann mal los. Und da müssen wir das Tor nehmen dann. Ich weiß aber nicht, welches ist es das? West-Tor. Das sieht doch gut aus, oder? Ost. Ja, müsste sein. Fliegen wir da schnell hin. Und gucken, dass wir dann da durchkommen, um dann das andere Schiff zu holen. Oh, wow, wow. Glück gehabt. So, da hinten ist er. Interagieren. Befehle. Mich eskortieren. So. Das bedeutet, wir fliegen da durch und er wird uns folgen. Ja. So, wir sind schon durch. Dann müssten wir nach Südosten. Nordost. Südost. Ja, nehmen wir den Weg, ne? Gucken, dass er ruhig kommt. Okay. Fliegt er jetzt da runter her? Oder hält er vorher an? In dem Fall müssen wir gucken, wenn er da durch ist. Ah, Torgübel bezahlt. Das heißt, er muss irgendwo sein. Da sieht man ihn ja auch. Gut, das heißt, wir können da durch. Weil er wird uns auch auf diesem Stück folgen. So, Kater. Wir sind hier und fliegen noch da, denke ich mal. Ach, wir haben hier gute Beziehungen. Aber hier waren keine Dingens. Das haben wir ja schon nachgeguckt, ne? Ressourcendepot. Omegafabrik. Ja, das war unser Problem. Aber wir könnten ja mal sowas hier noch besuchen. Und sowas hier. Da blinkt es ja auch noch, ne? Das heißt, wir sollten jetzt das Tor weiter in die Richtung machen. Ah, da ist er schon. Südwest. Dann mal los. Fliegen wir da näher ran dann. Und schauen mal zu, dass wir da vielleicht noch den einen oder anderen Planeten mitnehmen oder Sektor mitnehmen, der nicht direkt mit einem Tor erreichbar ist, ne? Das ist jetzt hier. Ich weiß aber nicht, der andere. Da waren wir schon mal irgendwann hängen gesprungen. Also wir sollten noch einen weiter fliegen. Wahrscheinlich das Tor, oder? Süd, Süd, West. Nehmen wir das doch mit. Wir müssen nur gucken, dass er durch ist. Gleich. Warten wir es ab. Bis er da unten links erscheint. Da ist er. Das heißt, wir können weiter. Er kommt uns nach. So, dadurch sind wir. So. Also wir wollen jetzt da hin. Sind da. Das heißt, wir warten, bis er da durch ist und springen mal da hin und hoffen. Mal gucken, hier ist auch noch ein Schiff von uns. Das ist ein Miner. Ja. Das war jetzt gerade die Kartentaste festgehalten. Sollte man nicht so machen. Was sind hier drin im Sektor? Ja, nix. Zwei Schiffe von uns sind jetzt hier drin. So, jetzt müssten wir gucken, dass wir hier. Da ist der Blip. Koordinaten einstellen. Ich weiß aber nicht, ob der hinterher kommt. Ich glaube eher nicht. Mal gucken. Ah, da ist es, ja. Also wir sind da hingesprungen und ich glaube nicht, dass er folgt. Ich weiß es aber noch nicht. So. Jetzt ist die Frage, was ist hier im Sektor? Ressourcendepot, Handelsdepot, okay. Das ist jetzt nicht so dolle. Oh, er ist hinterher gesprungen. Cool. So, hier war noch einer. Dann nehmen wir den auch noch. Ich hoffe, dass seine Reichweite dementsprechend groß ist, dass er da auch hinterher kann. Stopp, aber hier ist noch was zu holen. Ist nur die Frage, wo. Da ist ein Asteroid. Ah, da ist er wohl. Dann fliegen wir da gerade vorbei und gucken, dass wir den Claim... Wäre schön, wenn wir die von eben töten. Weiß jetzt gar nicht. Ob wir den gerade kaputt... Unser Schiff kaputt gemacht haben? Ne, ne? Glaube nicht. Reinnehmen. Und an wen können wir ihn verkaufen? Cool. Vielleicht reicht's. Gucken. Gut. Das heißt, wir sind mit denen gut freund geworden. Das bedeutet... Welche sind das denn? Hm, die sind hier alle gar nicht, oder was? Ich weiß nicht, wo sie sind. Tja, da ist das jetzt so. Egal. Wir haben auf jeden Fall die Beziehung zu denen sehr gut verbessert. Das ist wichtig. Fliegen jetzt hier mal gerade aus dem Asteroidengürtel. Oder was ist das für Asteroidenfeld? Sagen wir mal, lieber Feltengürtel ist das nicht. Und haben dann hier... Nichts mehr groß. So, die Beziehung zu denen ist neutral. Das sind die Cleo Iaweiher. Wie sieht's denn bei den Cleo Iaweiher aus? Das sind die. Oh, da ist noch einiges zu tun, bis das wird. Aber wir haben hier noch ein Zeichen da oben dran. Das hier irgendwo noch was ist. Okay, da haben wir einen Sprung. Ist das jetzt da hinten, der Asteroid? Nein, ne? Ist da noch einer? Fliegen wir mal hin. Warum ist das da weiß markiert? Das wäre die Frage, ne? Ah, ein Geheimversteck. Alles klar. Dann holen wir das mal rein und gucken, was da drin ist. Jo. Ein Geheimversteck. Ein Geheimversteck. Da können wir reingucken. Und öffnen. Batterie-Upgrade ist das, okay? Und Kohle war da auch dran, ne? Da müssen wir hier reingucken. Und das ist ein ordentliches Batterie-Upgrade. Da geht dann auf. Aufladerade plus 32 bei festen Stationen nicht aktiv. 40 plus 28 20 14 32 16 das bedeutet das bauen wir da rein jetzt haben wir noch ein hightech handelssystem haben wir doch auch letztens ein preis von gütern preisabweichung handelsrudenerkennung ja handelsrudensektoren drei ok transporter software ok das ding müssten wir mal austesten das kann ja einiges wahrscheinlich keine handelsrouten entdeckt ok dann machen wir den detektor ein was entdecken es gibt noch mehr hier oder wie sehe ich das da ist noch was ist das der asteroid nenne oder doch ich weiß es nicht fliegen wir mal näher ran vielleicht ist es doch auch ein geheimversteck tja klick da drauf ja noch ein geheimversteck da sind wir zu schnell dran vorbei 180 grad drehen und dann schub piraten greifen den sektor an ja sehe ich gerade ich müsste nur gerade hier noch da reingucken was da drin ist und dann ist das schon durch greifen die mein schiff an nein oder doch doppel r mining geschützt um das war ein cooles ding die frage ob unser schiff jetzt noch rauskommt wir sind jetzt hier und wollen dahin das wäre dann da lassen wir gerade hier rausfliegen okay der greift mein schiff an wieso schieße ich nicht da jetzt geht's der ist schon kaputt da oben ist noch einer ich glaube wir uns keine sorgen machen der geht oder also auch schon kaputt haben wir noch was rotes glauben nicht mehr die sind schon durch da ist aber noch ein teil was wir einsammeln sollten und dreifach shane gun geschützt um ok war jetzt nicht unbedingt der bringer aber zum verkaufen reicht's ne oder so jetzt würde ich sagen springen wir dann dahin der folgt uns ja wie wir wissen wenn es nicht so weit weg ist ne da ist er ja auch schon mit dabei militärstation v3 landeerlaubnis verweigert ok gibt es sonst noch sowas nur die militärstation ok das bedeutet wir waren jetzt im sprung woanders hin ich weiß nicht ob er folgen kann wir werden sehen sprung ist berechnet und los geht die tour zwei sekunden noch jetzt gucken ob er dabei ist vielleicht springt auch zwei tappen weiß ich nicht ich sehe ihn nicht glaube das hat nicht funktioniert dann oder war doch da ne hat er nicht geschafft in einem aber er schafft es jetzt zu uns da ist ja alles gut gut ok dann ist er gleich da und dann wird das passen aber ich würde sagen wir machen erstmal hier eine pause ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch genau habt macht eins falls euch die folge gefallen hat gibt einen daumen hoch macht euch die glocke an kriegt ihr mit welches nächste video hochladen und kommentare herzlich willkommen schreibt was rein dann weiß ich was wir machen oder nicht machen oder ändern oder nicht ändern und wenn ihr bock habt teilt das video auf anderen kanälen dann haben wir mehr zuschauer die sich dann daran beteiligen was wir hier machen wollen alles klar würde ich sagen bis dann tschüss bis dann 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 bis dann